moin leute was geht herzlich willkommen zu einer neuen fifa mobile 2020 video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit am start seid freunde und ja freunde ich glaube heute kann ich mir ober holen also ich bin mir nicht zu 100 prozent sicher ob das wirklich klappt aber ich habe da glaube ich also ich kann es nur kurz zeigen ich hatte gestern noch mal privat also nachdem ich das video aufgenommen hatte bei gestern absolut krankes video also checks noch mal falls es nicht gesehen hat ich hatte dickes pecklack im top transfer event aber was ich jetzt hier sagen wollte ich habe gestern mit dem verhandeln und ich habe glaube ich ablehnen sogar wieder bekommen aber ich kann ihn jetzt und wenn ich jetzt hier jetzt unter vertrag nehme dann kann ich ihn jetzt ja unter vertrag nehmen oder den ich jetzt komplett banane ich würde sagen ich mache das einfach mal kann ich jetzt ja woher ich habe ihn okay ja da habe ich das wieder nicht gecheckt vor egal ob es am start jawohl ober ist am start let's go von obermian jetzt hier am stöße da habe ich wieder das nicht recht gecheckt egal ich habe ihn jetzt weil ich habe ihn jetzt da ist er jungs mit go ober obermian uber obermian let's go der volk ok jetzt ja gut jetzt kann ich halt hier noch verhandeln aber er bringt mir jetzt eigentlich also doch für diese club punkte für die club punkte könnte das noch was bringen ich fand aber mit mit vandeweg abgelehnt ja das kann man mir auch aber dann konnte ich ihn trotzdem unter vertrag nehmen habe ich jetzt nicht so ganz verstanden nämlich jetzt hier raus egal freundlich ich habe sie nicht ganz verstanden aber gut wir haben wir haben oben und das ist alles was zählt ich habe gedacht man kann die nur unter vertrag nehmen wenn er dann auch wenn das steht angenommen aber mir kam halt abgelehnt ist ganz ganz komisch ganz ganz komisch aber ich würde gerne hier noch weiter kommen also das heißt weiter kommen aber ich würde halt hier gerne vielleicht mal gucken wie weit wird sie kommen okay das heißt ich mache jetzt hier noch mal fand ich kann ich ja nicht dann mache ich einfach mal sensei dann kriege ich glaube wieder klubpunkte oder abgelehnt ja ja wohl 100 klubpunkte habe ich dir jetzt hier oder ich brauche ich brauche 150 ok aber das klappt das klappt anscheinend weil ich krieg sowieso kein geil mehr von daher ja mache ich das jetzt einfach hier den habe ich gerade gemacht naja ok dann mache ich jetzt noch mal max kruse auf ihre zack zack was habe ich jetzt gemacht wieso krieg jetzt max kruse hey ich hab's im wach der max kruse noch hey kann ich ihn auch ziehen oder was erfolg das event ist schon glaube ich fast zwei wochen draußen und ich habe es nicht gecheckt also ich glaube ich verstehe es ich glaube ich habe es verstanden freunde ja perfekt das event geht zwei wochen und ich vertrete es erst in den letzten tagen also man kann hier man kann ihn direkt hier verhandeln ziehen aber muss nicht unbedingt sein wenn man die linie zieht da muss man unter vertrag nehmen ich habe es gibt ja moin und ich verstehe es erst in den letzten tagen perfekt sonst kommt einfach kruse noch mal gezogen also geholt let's go ok leider nicht wiskas nicht am start so kommt ihn doch mal gleich auf ihre oder basis schade auch nicht ich mache jetzt einfach mal hier durch und ähnlich vielleicht auch nicht perfekt also ich weiß ich war schon wieder komplett los schon wieder komplett lost hier geht er will auch nicht dann mache ich den jetzt noch mal ja okay auch nicht aber das heißt ich kann es ja dann später in drei stunden kann ich ja noch mal probieren vielleicht krieg ich ja zweimal ober wäre auf jeden fall lustig ich werde später dann noch mal machen und wenn ich ober ziehe dann blende ich euch wahrscheinlich jetzt noch mal hier in diesem video ein und wenn ich dann das einfach aber okay also ihr habt es gesehen ich höre ja kommt das ich check das event erst in den letzten tagen aber cool das habe ich im kursen der vielleicht sogar aber ob er wird doch noch steigen oder da wird glaube ich nicht mehr steigen soll ich die jetzt schon rauffahren normalerweise hat dann mal ich gucke mal die anderen 93 an aber normalerweise sind die eigentlich alle gleich ja eriksen ist ja richtig krass warum das material ach so war ja wahrscheinlich früher war ne dann bin ich aufruf kann jetzt sind ja nur die hier okay ich steigte einfach kruse mal drauf und mit ober warte ich vielleicht noch ein bisschen mal gucken mit ober warte ich auf jeden fall noch mal ein bisschen vielleicht steigt er ja noch mal so auf zwei drei hühnchen die würde ich dann auf jeden fall mitnehmen und genau also wie gesagt falls ich jetzt noch mal gleich ein ober da verhandeln kann und bekommen kann werdet ihr jetzt auf jeden fall dann eingewendet bekommen wenn nicht ja würde ich sagen freunde dann sollte es jetzt erst mal gewinnt sein von dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne abo da wir sehen uns morgen wieder und ja bis morgen freunde macht's gut hauterei und ciao